Den Musik- und Gefühlsangsverein Sankt André Mördern unter der Leitung von Hermann Lasser. Wir werden das Pflichtstück Checkpoint von Fritz Leube hören und dann das Selbstwahlstück Sizilianische Geschichten. Fritz Leube Fritz Leube Fritz Leube Fritz Leube Amen. 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 Vom oberösterreichischen Komponisten Fritz Neuböck war das Stück, das Sie soeben gehört haben, Checkpoint. Eine frische, moderne Komposition, die irgendwie zeigt, wie jugendliche Musiker und jung gebliebene Musiker sich nach langer und intensiver Vorbereitungsphase so weit sehen, dass sie ihr Können und Engagement beweisen können an einem Checkpoint, also an einem Kontrollpunkt in unserem Fall bei der Konzertmusikbewertung. Vom oberösterreichischer Fritz Neuböck jetzt zu unserem niederösterreichischen Landeskapellmeister Manfred Stern-Gerger, dem Vorsitzenden der Jury am heutigen Tag. Und von ihm stammt auch das Selbstwahlstück, das wir jetzt hören, nämlich die sizidianischen Geschichten. Viel Vergnügen. Ziemlich. 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 Musik 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 Amen. 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 Die sehr verehrte sicilianische Geschichten waren das von unserem Landeskapellmeister Manfred Sternberger komponiert. Der Musik- und Gesangsverein St. Andre Wörnum hat heute für Sie mit 33 Musikerinnen und Musikern musiziert. 18 männlich, 15 weiblich, unter der Leitung von Hermann Gasser. Die Obfrau ist die Frau Ingrid Palzer. Ich sehe zustimmendes Nicken. Das heißt, wir kommen zur Bewertung für den Musik- und Gesangsverein St. Andre Wörnum zunächst zum Pflichtstück. Checkpoint. Stimmung und Intonation 8,5, 8,5 und 9. Ton- und Langqualität 9, 8,5, 9. Versieren und Artikulation 8,5, 9 und 9. Spieltechnische Ausführung 9, 9 und 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel 9, 8,5 und 9. Tempo und Agogik 9, 9,5 und 9,5. Dynamische Differenzierung 8,5, 9,5 und 9. Kernausgleich und Registerbalanz 3,5 und 9. Interpretation und Stilempfinden 9,5, 10 und 10. Und den musikalischen Gesamteindruck mit 9, 9,5 und 9. Jetzt zum Selbstfallstück den sizilianischen Geschichten. Stimmung und Intonation 8,5, 8,5 und 9. Ton- und Klangqualität 9, 8,5 und 9. Versierung und Artikulation 8,5, 9 und 9,5. Spieltechnische Ausführung 8,5, 9 und 9,5. Rhythmus und Zusammenspiel 8,5 und das 3 mal. Tempo und Agogik 9, 9, 9,5. Dynamische Differenzierung 3 mal 9. Klangausgleich und Registerbalanz 3 mal 9. Interpretation und Stilempfinden 9,5, 10 und 10. Und der musikalische Gesamteindruck 9, 9 und 9,5. Damit kommen wir zu einem Gesamtergebnis von 90,42 Punkten. Gratulation! Applaus In 5 Minuten geht es dann weiter mit der Jugendtabelle König Schettel. Du bist in 100, Ludwig Schettel. Schweincio